Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Welcome Deliverance. So, wir sind hier mal wieder angekommen. Was sagen denn unsere Finanzen gerade so? 8.000 haben wir, haben ungefähr 10.000 oder ich glaube sogar mehr als 10.000 drin. Haben einen Ruf von 100. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zum Beispiel auch ein Rathaus schon mal bauen. Ich glaube, ich gucke am besten mal nach, was jetzt hier am ehesten Sinn macht. Zum Beispiel eine Schmiede. Die bringt auch nochmal 500. Bäckerei haben wir mit voll ausgebaut. Fleischerei. Stallung haben wir noch nicht gebaut. Wachhaus. Geschäft haben wir soweit. Schenke haben wir und komplett ausgebaut. Brücken und Straßen. So viel ist es glaube ich nicht mehr, oder? Ja, dann ist halt die Frage. Wachhaus oder Stallungen? Die Stallungen werden sogar fast sinnvoller. Ah, dafür brauchen wir noch eine Schmiede. Vielleicht fangen wir mit dir dann mal an. Ich habe mich entschieden. Das sollte schnell gehen. Folge mir, dann sehen wir uns so gleich den Bauplatz an. Ach, warte mal. Doch schnell Geld reinlegen. Ich gehe denn sie. Gott, du bist so. Thu ist das? Ich gehe dennos. Du bist so. 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 Du sorgst dich zu viel. Das war auch schon so, als er bei Priebus Lovitz gekämmt hat. Da bist du, ja. Okay, dann los. Hier werden wir bauen? Ja. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch ein... Hm. Wir haben was, wir brauchen. So, würde ich sagen, dann haben wir da direkt noch die Dings rein. Die Upgrades. So, das wird doch... Moment. Ich möchte etwas... Wie du wünschst. Vater, Gott hab ihn selig, war ein fähiger Schmied. Er hat Schwerter gefertigt und reichlich Geld verdient. Ich bin mir sicher, ein Waffenschmied könnte hier gut leben. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. So, kannst du gerade mal umdrehen. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Und wieder verbessert. Wahrscheinlich kann der Ruf nicht über 100 steigen. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen mehr Sachen jetzt hier erlauben. Wir könnten hier vielleicht noch Sachen verkaufen. Fällt mir jetzt gerade ein. Was haben wir noch im Inventar? So, und noch die nächste Verbesserung, bitte. Ich möchte etwas... Wie du wünschst. Aber das ist so ein Entweder-Oder-Ding, scheiß ich mal. Na gut. Dann nehmen wir jetzt mal die Wachstube. Wir brauchen Wachen zum Schutze des Dorfes und um den Frieden zu warnen. Und somit auch eine Wachstube. Gehen wir zum Bauplatz. Ich überwache alles. Da sollte ja noch genug Geld da sein, eigentlich. Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Hm. Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. So, und noch ein Peff. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt über 2000 Einkommen haben pro Tag. Haben wir das zumindest schon mal erledigt. Sehr schön. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Ich glaube, das war, wenn wir jetzt mal erledigen. Aber ja, es wird tatsächlich hier. Gut, dann gucken wir, ob wir da noch eine Verbesserung reinhauen können. Und dann als nächstes kommt halt Rathaus, Kirche und so. Eine Ladenwache. Der Alfred. Da hinten rennst du rum, ne? Warte doch mal, wir müssen noch Upgrades machen. Ich möchte etwas, wie du wünschst, bauen wir einen Schießstand für die Garnisons-Truppen. Damit verbessern sie ihre Schießkünste, langweilen sich nicht und bleiben im Dienst der Schenke fern. Nun gut, bitte folge mir. Ich werde dann die Bauarbeiten überwachen. Sonst wird das ein Desaster. Bestimmt. So, dann haben wir hier aber auch wieder ordentlich was geschafft. Sehr gut. Vielleicht doch schon ein bisschen früher anfangen sollen, aber hey. Sehr schön, dann haben wir das auch. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. So, schauen wir uns mal die Finanzen an. Wohl Rathaus, wie viel waren das? 5.000 oder 8.000? Ich glaube, das wird auch noch nix. Aber du könntest aber erzählen, was für ein toller Hecht wir sind. Warte. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Hm. Hm. Das Einkommen ist sehr zufriedenstellend. Herr Divisch wird sich freuen. Das Dorf ist jetzt groß genug. Herr Divisch kann mehr Siedler herholen und die geplante Erweiterung in die Tat umsetzen lassen. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Ich gebe mir Mühe. Gut, dann schauen wir mal, wie es mit dem Geld aussieht. Und theoretisch für ein Rathaus müsste ja noch genug da sein. Gut, wir haben 10.000. Das reicht auf jeden Fall. 20.000... äh... 2070. Einkommen. So, ein provisorisches Rathaus haben wir. Dann haben wir nochmal das richtige Rathaus. Da haben wir alle Sachen für. Das kostet halt jetzt alles wieder Geld. Aber gut, vielleicht können wir noch ein paar... Oder? Kann ich noch irgendwelche Verbesserungen machen? Schmiede haben wir, Bäckerei haben wir mit Verbesserungen. Fleischerei haben wir nicht. Stallung hat sich auch erledigt. Dann machen wir das Wachhaus. Die Schenke, die halt ordentlich Geld bringt. Ja gut, dann müsste der Rest leider... Der wird dann halt Verlust geben. Aber zumindest nicht so viel, dass wir ins Minus geraten. So, dann müssen wir das erst reparieren. Und, okay, ja. Aber ja, dann. Rathaus. Auf geht's. Marius, kremple die Ärmel hoch. Ja. Gibt's die Tun. Schreiben kannst du später. Du hast entschieden? Gut. Fangen wir an. Hier werden wir bauen? Genau hier. Also frisch ans Werk? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch ein... Hm. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Ja. Ich bin bereit. Allianz. Ich bin bereit. Ja, guck mal. Das sieht doch schon nach was aus hier. So, jetzt sind wir halt wieder unter 2000 gefallen, aber das geht's ja nicht. So, und für das Ausgebaute. Aber können wir da noch Verbesserungen machen bei dem Rathaus? Es kostet halt auch nur noch Geld. Na gut, wir haben ja noch, wie viel haben wir außen drin? Dann lassen wir das hier noch ein bisschen vermehren. Sehr schön. So, eigentlich könnten wir jetzt mal warten. Da haben wir unser Pferdchen. Ja, die Frage ist, machen wir jetzt weiter? So, gehen wir mal Sachen für Dings hier holen, für Brevis Lavic. Ich sehe auch wieder eine ganze Menge zu erledigen. Ach stimmt, wir hatten ja noch hier Vitalität, Level Up. Mh, 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 mh. Ich hab zwar nicht vor, dass ich irgendwie so tief mal runterfalle, aber hey. Das sollte soweit passen. Ich glaub, wir suchen uns noch ein paar Leute hier grad mal zusammen. Mh, zum Beispiel, ich weiß nicht, Meister Otter. Bei Otto war es ja. Wo war der denn nochmal? Ihr könnt mal mal fragen, ob der Bock hat, mh, mitzukommen. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Ich glaub, Ledesco, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaub, wir reiten jetzt mal nach Ledesco. Ähm, mal schauen, ob wir den überzeugen können. Dann bis gleich. So, du musst es gewesen sein, oder? Ja. War übrigens in Sasa und ich in Ledesco. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Was? Den alten Spinner? Der lieber in alte Bücher reinstarrt, als in die Schenke zu gehen? Der verkriecht sich im Haus des Kustos. Das große Gebäude bei den Klostergärten. Meister Schmid, ich habe ein Angebot für dich. Was? Nachdem du diesen Preller Zach unterstützt hast? Hm, vergiss es. Mach's gut. Gut, dann gehen wir zu Zachs. Schlafen müssen wir auch nochmal. Wo war denn Zach? Ähm... Hier glaube ich, oder? Etwas weiter hier nördlich. Ja! Müssen wir auch nochmal eine Runde pennen gehen. Warte. Vielleicht soll ich es mir auch grad mal markieren, ne? Obwohl wir sind fast da. Da! Also von Anfang an. Wo? 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 Die Sonne senkt sich vom Himmelsach, wird eins mit der Glut mit aller Macht. Du Zach? Glaube nicht, oder? Kuttenberg ist weit und fern, drum bleib ich hier, mein Augenstern. Ich schnapp nach Luft, die Füße warm, ich pfeif dein Pferd, doch bin zu arm. Ja, ich glaub, genau der war's. Die Sonnenmacht brennen, sie mag auch scheinen, doch liebst du, du gehst nun weis an. Dann stoppen wir dich nochmal? Ja! Ja! Dann holen wir da mal nett nachfragen. Haben wir noch irgendjemanden, der eventuell Links macht? Hm. Wenn es halt in den Tavernen hilft. Aber der Schleifstein, ich glaub, da ist auch jemand am Arbeiten. Ja, super. Grüß Gott, was kann ich für dich tun? Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Und, was willst du von dem alten Hasen? Vergiss es, was kümmert's mich? Er ist im großen Haus bei den Klostergärten. Ich möchte dir etwas vorschlagen. Hast du von Priebus Lavitz gehört? Oh ja, ich hab davon gehört. Was willst du? Ich baue als Vogt das Dorf wieder auf. Wir wollen dort auch eine Rüstungsschmiede bauen. Und ich soll sie betreiben? Das wäre was. Komm wieder, wenn sie fertig ist. Bis später. Na gut, wir haben eine Waffenschmiede, okay. Wir brauchen mal ein Waffenschmied dafür. Ah, war das jetzt hier alles umsonst? Ärgerlich. Na gut, dann lass uns mal nach Ratai reiten. Ich hoffe mal, da sind wir ein bisschen erfolgreicher. Oder ist sonst noch irgendwas hier? Ach genau, Fink könnten wir mal fragen. Ähm. War hier noch irgendwas? Hm. Oder war das dein Sohn? Der wollte ja auch Rüstungsschmied werden, oder? Weiß ich schon gar nicht mehr. Wo war denn Fink? Wo haben wir denn hier noch eine, eine Wingsschmiede? Fangen wir da mal nach. So. Doch. Danach kann er nicht mal essen, und sich schlafen legen. Ja. Ach so, der Fink, gut. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ich brauche in Priebuslawitz einen fähigen Waffenschmied, der für meine Männer gute Klingen fertigt. Hast du Interesse? Was? Ich soll meine Schmiede für Ruinen in den Wäldern aufgeben? Das Geschäft läuft nicht so gut, stimmt. Aber warum sollte ich? Du siehst das alles ganz falsch. Du solltest es als Investition in eine bessere Zukunft sehen. Wie viele Schmiede gibt es allein in Sasau? In Priebuslawitz wärst du der Einzige. Und da das Dorf mit jedem Tag größer wird, verheißt das saftige Einnahmen. Hm. Wie ich sehe, bist du sehr geschäftstüchtig. Gut. Ich bin dabei. Mach's gut. Alles klar. Super. Dann haben wir den. Erfolgreich auf unsere Seite gebracht. Ist auch noch hier so eine Festlock? Ja, aber ich glaube, das sollte es dann also langsam gewesen sein. Reiten wir nochmal zur Schenke. Ich glaube, hier hatte ich ja... Vielleicht können wir da noch jemanden dazu bringen, uns zu helfen. Das hatte ich ja eh gemietet auf Dauer, oder? Wissen? Das hoffe ich, dass da irgendwo ein Wirt noch draußen ist. Bier! Hm? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Alles Gute. Du wärst notfalls da. Wie? Ja, haben wir gemietet. Sehr gut. Allerdings eins höher. Bist immer noch da. Einen fresken Maler. Na gut, dann darfst du jetzt mal eine Runde... Obwohl, warte, haben wir noch was zu lesen. Wir hatten ja noch einige Bücher mitgenommen. Hm. Das ist nix zum Lernen. Das ist auch nix zum Lernen. Ich glaube, das ist auch entsprechend... ...gen Flü und Warzen. Hm. So, ist Necronomikon. Ah, das Zerworts ist immer alles lesen. Okay, gut. Mal reingucken. Schade nix, was wir lernen könnten. Aber gut, dann haben wir eine neue Stufe lesen. Das ist doch schon mal gut. Und dann machen wir eine Runde. Dass der Heinrich wieder fit ist. Am nächsten Morgen. Und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und... Ciao, ciao. Ciao. Ciao.